Ah mein Gott. Aber wenn, dann lass es alles im Karton rein. Willkommen zu diesem Video hier. Wir haben hier vorne eine Box. Und wir haben kranke Sachen vorbereitet. Wir müssen erraten, was drin ist. Hast du lebendige Sachen? Ja. Aber du darfst auch nicht sehen, okay? Mhm. Wer mehr errät, gewinnt. Kannst du was sehen? Ja. Aber ohne Mäusefallen und so, ne? Ich hab gefragt, ob du was sehen kannst. Gute Idee wäre das. Wetten Mäusefalle, dann Insekten. Dieses Pack von Amazon ist da wieder drin. Man mag das lebendig. Also links und rechts. Du hast jeweils ein Loch. Kannst du reinpassen. Du musst raten. Ich hab ja jetzt nicht mal gesehen, was ist. Ich hoffe, er passt da rein. Oder ist der Karton ein bisschen? Der ist zu groß. Ich komm zum Glück. Das ist stark. Oh. Was ist es? Rede. Sage. Was denkst du? Ein Schwamm. Der Karton ist... Was denkst du, was es ist? Ein Schwamm. Ja okay. Das war ja einfach. Oder eins. Einfach. Easy. Punkt für Ash. Soll ich da nicht holen jetzt? Nein! Achso, ich hab Angst. Also Odils, ich hab Angst. Willst du bei mir auch noch testen, ob du das sehen kannst? Warum lachst du? Ich hab wirklich Angst. Warum? Das irritiert mich, dass du lachst. Ey. Das ist außerplanmäßig jetzt. Ich hasse es. Außerplanmäßig? Ja. Habt ihr Leber da reingestellt oder was? Was ist das? 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 Hat der hier unseren Arm reingehalten oder? Was ist das? Du kannst mich so fühlen. Ich will dich lange anfassen. Ich will dich lange anfassen. Du bist tiefer. Ah! Oh Mann! Ich hasse das. Ich mag das nicht. Was könnte das denn sein? Wer hat den Arm da drin? Irgendwas hat er da reingesteckt. Keiner hat da ein Arm drinnen. Sag ich Papa, bist du da? Ja. Papas Arm. Fuß. Ich will das nicht fühlen. Ich will das nicht fühlen. Mach deinen Arm da weg. Das ist dein Arm. Nein. Warum nicht? Weil es nicht der Arm ist. Kannst du mal still da drin sitzen? Was ist denn ein Fuß? Ja. Kann ich Hände waschen gehen? Ja. Hey, so dreckig ist der nicht. Mega Fußes Fuß. LSD war die Socke sogar aus, glaube ich. Ja, ja, ja. Das sieht so aus. Das wäre noch... Aber kriege ich dafür einen Punkt? Ja. Ja. Aber ich habe doch gesagt, er ist Arsch da rein. Aber ich habe doch gesagt, er ist Arsch da rein. Nein. Na gut, dann kriegst du keinen Punkt. Keinen Punkt für mich. Er stellt sich Augenbinde auf. Ich muss ja in der Wasch. So, jetzt nächstes Mal einen Arsch da rein halten oder was? Boah, das wäre auch immer eine witzige Idee eigentlich. Ist drin. Warum kriege ich eher meine schlimme Sachen? Wieso? Schlimm? Hast du kein Problem damit, dass du nichts siehst oder reinfasst? Nee. Ich kann das mental nicht. Ich steige mich richtig rein. Ja, ich auch. Ja, ein Gemüse, aber ich weiß nicht welches. Das war mir klar. Salatletter. Nein, nein. So eine Stange. Was ist das? Schnittlauch. Nein, pass mal. Fängt mit Ess an, ist schon richtig, ja. Sellerie. Ja. Ja. Hast du echt kein Problem damit? Nicht so ganz. Doch, hab ich doch. Hast du. Jetzt hab ich doch ein Problem. Jetzt fängt es an, dass ich mich gerade wieder unsicher habe. Ich hab gleich wieder übelst Schiss da rein zu fassen. Es stinkt aber. Irgendwas stinkt hier. Ist das jetzt ein Scheißhaufen? Warum lacht ihr alle? Weil es mit dir lustig ist. Ist das in einer Art Dose? Das riechst du doch. Es ist Katzenfutter. Es ist Katzenfutter. Ich muss jetzt gucken, ob es Hund- oder Katzenfutter ist. Aber es ist Katzenfutter, oder? Es stinkt ekliger, ne? Riech mal. Punkt eins für mich. Let's go. Okay. Deswegen ist kein Katzenfutter. Das wird jetzt von noch bis zum Schuh machen. Nein. Nein. Das ist zu klein in der Mitte. Ich komm da nicht mehr ran. Steck da warm rein. Ist schon, aber meine Ellenbogen sind ja dann schon da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich geh da nicht mehr rein. Nein, nein, nein. Du musst. Du musst. Ich muss den Papas Fuß auf. Der hat sich bewegt. Mach. Der war angstwechsig. Mach. Ja. Was meinst du, was könnte sein? Wenigst du auch nicht. Okay. Ich hab's doch genommen. Okay. Hasenohr? Nee. Aber Ohr ist richtig. Schwein? Ja. Woher meinst du das? Woher? Da. Warte, nein, stopp. Du guckst dir an, was du angefasst hast. Ich wusste, also, wir haben richtig krasse Dinge dazu verkauft. Na ja, egal. Ich würde sagen. Hattest du einen Punkt dafür bekommen jetzt? Ah ja. Also ich würde schon. Ja, auch Tipp gegeben. Nein. Du hast gesagt Ohren ja. Ja. Er hat gesagt Hasenohren. Ach so. Du hast gesagt Ja Ohren. Egal. Gibt's dafür einen Punkt? Kommentiert jetzt. Immerhin. So, ich schmeiß was schönes rein. Hoffentlich nicht lebendig. Und dann bin ich happy final. Gut, let's go. Einmal Hände rein. Und abwarten. Ach du Scheiße. Was ist das? Das ist borstig und pieksig gewesen, so gefühlt. Ich gehe ehrlich. Oh Gott. Hä? Ich darf es kurz anmachen, aber irgendwie nicht. Hallo? Wo bist du? Du darfst einfach anfassen so. Ist das eine Kokosnuss? Ja. Geil. Aber die fühlt sich echt krass an. Das war absolut meine beste Runde. Und let's go. Also Mama macht jetzt die Sache da rein. Ist drin. Okay, mach deine Hände rein. Ich will nicht. Nein, ich kann nicht. Mach deine Hände rein. Dann lacht Papa so. Mach deine Hände rein. Aber schnell, bevor es weit läuft. Nein, nein, nein. Hände rein. Hände rein. Hände ist laut. Ich will nicht. Wir verunsichert dich nur. Wir sind gewachsen seit gestern. Das war ein kleiner. Mama macht die Gurken aus dem Gewächshaus vielleicht. Nein, nicht Gewächshaus. Das ist ein Futterhaus. Das ist nichts Schlimmes ohne Witz. Ah, die ging. Ich hab nicht springen gehört. Das Gedenkmal merkt man auch, ich mach das nicht. Ich weiß noch was das ist. Du musst raten. Heuschrecken von Futterhaus. Heuschrecken, Grashüpfer. Genau, richtig. Das ist Heuschrecken. Warum sehen die giftig aus? Die sind nicht giftig. Sind sie nicht? Mein Gott nicht. Stamm. Aber, ey. Die sind gewachsen. Die waren kleiner. Ich wollte so viele großen haben. Aber, ja. Ich stehe von mir auf den Händen gesprungen. Aber sie waren eigentlich so klein. Mit ihrem Arm ab. What? Also, wir müssen die fangen jetzt. Ja, du bist ja gar nicht. Die ist so hässlich. Die ist sehr giftig. Nein, die sehen nur so aus. Ich fange mal eine. Warte. Ah, da sind ja alle drei drinne. Drei, das sind noch mehr. Da sind ganz viele drinne. Guck mal. Ja, und das zeigst du die Kamera und die springt da ins Gesicht. Die ist gar nicht so schlimm, aber die darf eigentlich nicht rauswitzen. Darum nicht freilassen jetzt eigentlich? Ja, natürlich. Wenn so ein Ding... Aber ich habe sie noch nie gesehen. In der Farbkombi. Ja, in der Farbkombi. So habe ich sie auch nicht gesehen. Die haben... Die haben... Die haben irgendein Skin freigeschaltet. Was? Das sind Grashüpfer. Das sind Grashüpfer. Das sind Grashüpfer. Das sind... Aber was ich mich gar nicht... Ich habe nur grün und grau bisher in meinem Leben gesehen. Ja, nein, nein. Also braun. Guck mal. Es sind noch viel mehr drin. Oh, die Scheiße. Oh, es sind noch viel mehr. Guck mal. Behalts die im Auge, bevor die wegfliegt. Hey, guck mal. Ah. Warte mal. Ihr seid echt... Nein. Auf dem Boden. Wir müssen die nur... Guck mal. Die sind sehr schön groß. Die können wir rauslassen. Also die kommen jetzt nach draußen. Wir haben draußen sowieso ganz viele. Die sind voll süß. Die haben jetzt voll Angst, weil die sich alle verkriechen. So, komm. Wir müssen die rauslassen. Mach ihn doch rein. Oh Gott. Warum wirkst du? Ich habe Angst. Du bist stark. Hast du gerade Nase zugehalten? Ja. Let's go, Rainer. Brauchst du Schutzhandschuhe? Haben wir Schutzhandschuhe? Nein. Schon, aber das musst du anfassen, um zu gucken, was das ist. Ich hasse das. Hallo? Alles auf jeden Fall tot? Ja. Ziemlich tot sogar. Was ist das? Geht es noch schlimmer aus als Grasverfaff? Also ich habe noch so ein... Ah! Es ist schleimig. Wie streichelt das denn gerade? Was ist das? Was kannst du sagen? Ist das ein Fuß von einem Schwein oder so? Fuß, ja. Schwein, nein. Rind? Nein. Kuh? Reh. Das kleine Reh. Das ist echt ekelhaft. Mhm. Ihr könntet mir nicht nur mal die lebendige Sache geben. Die brauchen wir extra. Ja. Nicht nur mal ich. Okay. Ja, okay. Was ist... Ist... Ah, du meinst das sind diese Stinkbomben oder so? Nein, das ist was anderes. Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß noch nicht ganz... Traubenzuppler. Guck mal, wir machen mal auf den Bodenhaut. Das sind Stinkbomben. Lass deine Augen genau auf. Hallerei hinterweilen. Und einfach testen, was es ist. Merkst du das Zisch? Was denn? Das sind entweder so... Ich muss erfüllen. Merkst du, was knallt da gleich? Da knallt die andere. Wir sind hier. Ah, mein Gott. Wann soll Stinkbomben oder normale Knallen? Normale. Die gibt's ganz neu bei TNT. Die... Du meinst, die sind so beliebt gerade bei den Kindern. Ja, die funktionieren nicht. Ja, leider. Ja doch, jetzt. Ah, dann kriegt er das wieder. Da kommt irgendeine Säure raus. Nein, da ist keine Säure. Doch, guck doch an die Wand. Guck mal, die Wand ist doch Säure. Nicht jetzt? Guck mal, die Karton rein. Guck in die Karton rein. Das sieht echt nicht gut aus. Oh shit, okay. Dann wasch mal schnell deine Hände. Und deine Arme. Ah! Das ist tatsächlich nicht. Das ist scheuerlich. Aber wie geil ist das? Für 1 Euro kriegt man die? Ja. Aber wenn jede Fünfte funktioniert, ist das ein bisschen belastend tatsächlich an der Stelle. Ach du Scheiße. Na, Mann! Er sagt ach du Scheiße. Ich bin over. Ich fass sie nicht an. Boah, ist ja eklig. Was? Oh, mein Gott. Nein, ich will nicht. Oh, lass sie frei. Nein, lass sie frei einfach. Lass sie frei. Wegen reinlaufen. Aber ich fass sie nicht an. Was ist das? Boah, das ist ja richtig eklig. Also ne, ich würde sagen, du greifst da rein. Was ist denn das? Ja, kann man das so schlecht sagen, ne? Darf ich Handschuhe haben? Oh, die sehen nicht aus, wie das was draufsteht. Darf ich Handschuhe haben? Nein, reinpassen. Das ist ein Monsterdinger. XXL. Okay, es ist leicht noch. Mach jetzt einfach rein. Aber ist das giftig? Nein. Können die beißen? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Das macht's nicht besser! Alter! Alter, ich... Ich hab Angst! Wer war das? Ihr geht weg. Geh weg, Ash. Du bist nicht um mich rum. Geh, komm zu mir. Geht ihr so ein Radius von einem Meter lassen? Ja, er ist nicht bei dir. Okay, kannst du's rechnen. Ja, wo ist er denn? Er soll ja bei mir sein. Ach so! Dumm. Ja, okay. Pass mich aber nicht an gleich. Uah! Max, wenn du das runter bist, bist du dumm Max. Wenn du das runter hast, sind wir alle am Arsch. Ja. Was ist das? Kann mir die Hand abbeißen? Nein. Ist es giftig? Nein. Kann beißen? Nein. Verdrehen? Was ist das? Du musst fühlen, Max. Ich will nicht fühlen. Aber es ist echt fies, ne? Wenn man das nicht sehen kann. Ich kann das nicht. Es lebt doch gar nicht. Seht ihr das? Ah! Was? Garcon! Garcon! Darf nicht umkippen. Wer ist da gerade gegen mich gekommen? Du selber! Nein! Da war doch irgendwas! Max, bitte. Fass der rein und raus. Ich fang an zum Schluss. Das war eine Nebenaufgabe. Du musst nicht zur Hauptaufgabe raus. Du nimmst voll leid. Ich muss aber ein bisschen streichen. Ich kann das nicht. Ich dachte, ich habe jetzt viel zu sagen. Du mal was. Ja, fass rein. Ja, ich schrieg. Ich schreie aus Brüchen. Max, jetzt. Fass da rein. Da ist eine Schale und du fährst in die Schale. Okay? Ne Schale. Wo ist die Schale? Ja, sie ist da. Das ist die Schale. Ja. Und da ist was drin. Sand. Ich merke Sand. Warte, soll ich dein Finger führen? Ja, mach mal. Zum Beispiel. Da. Oh ja. Warte. Warte. Es bewegt dich nicht. Doch. Die bewegen. Puh. Das stinkt so. Oh ja. Ich fang mit meine Babys. Warte. Aber wenn, dann lass es alles im Karton. Was ist das? Lass es im Karton. Es krabbelt. Ja. Ja. Was ist das? Eine Spinne. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Kann ich es wieder machen? Ach du. Ich sag schon wieder. Nein. Weißt du, was ist das? XXL Maden. Ich schwitze. Max kann nicht mehr. Ich kann das echt nicht. Haben wir jetzt nicht gewonnen? Ja. Ich kann nicht. Warum nicht so eine Spinne? Gute Frage. Das war die. Uff. Ich könnte wetten. Die Krabbeln. Guck mal. Wie fleißig jetzt die sind. Da haben die so rumgewühlt. Und jetzt erkunden die. Das können wir den Kaninchen der Nachbarschaft geben. Ja genau. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist hart ekelhaft. Leute. Das war's. Letzte Runde oder? Das war's. Mir ist warm geworden. Wir brechen ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war zu viel für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.